So, die Ratschmann wieder! Hallöchen, Freunde! Wir sind beim vorletzten Event. Ihr seht schon, das ist TimePilot. Unser Joystick-Johnny ist auf einem guten Erfolg und kann auch jetzt eigentlich... Ich sag's ja immer gerne, mit einer soliden Leistung die Sache dicht machen. So, jetzt startet er endlich und verwirrt mich nicht mit irgendeiner Demo. Ich bin ja auch noch der Rudi. So, jetzt geht's los. Dann kann er mal zeigen, was er kann. Denn hier kann er eigentlich schon sozusagen den Titel sicher machen. Einfach mit einem schönen Run. Ein Formation-Kill wäre natürlich ideal. Wäre super. Danach sieht's aber überhaupt noch gar nicht aus. Er zieht auch ein bisschen dahin, wo irgendwie niemand ist. Aber er geht schon auf den... Er macht das Parachuting. Ich seh das schon. Nur immer hier auf Rettung. Ja gut, warum auch nicht? Vielleicht war er immer Zivi. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er eine soziale Ader. Naja, das war jetzt vielleicht nicht gerade eine soziale Ader. Mal gucken, ob er jetzt einfach hier mal das weiter... ...halten kann, was er hier angefangen hat. Es geht, ich wiederhole es gerne mal, um eine solide Leistung. Er muss noch nicht einmal an die Grenzen seiner Belastbarkeit gehen. Sondern eine solide Leistung reicht völlig. So, jetzt könnte er mal auf die ganze Formation gehen. Das macht er auch nicht. Ich weiß noch nicht ganz, wie er da fliegt. Oder warum er da fliegt. Oder warum er das so dreht. So, da ist der Zeppelin. Damit kann man in den nächsten Abschnitt... Es gibt fünf Stages hier. Und im Augenblick... ...sollte er doch mal wieder ein bisschen... ...was tun. Gott. Das war ein sauberer Bosskill. Level 2. Ihr seht das von den Daten. Das wird immer aktueller. Man geht durch verschiedene Zeitepochen. Die letzte Epoche ist, glaube ich, 2001 gegen Ufos. Naja. Wenn es schön macht. So, jetzt... Aber ihr seht, er geht auf die Fallschirme. Das ist sein Prinzip. Warum, kann ich noch nicht nachvollziehen. Ich glaube, das kann auch wahrscheinlich keiner nachvollziehen. Aber ihr seht, das ist sein Plan. Es wäre doch ganz einfach, einfach die ganze Formation zu erwischen. Aber da geht er vollkommen dran vorbei. Aber mit den Parachutes macht er das richtig. Das war jetzt schon ein Triple Score. Wenn er das weiter durchzieht. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Eine Squat Score. Ist ja unglaublich. Ah, fast wären das die 5000 gewesen. So kann man natürlich auch Punkte machen. Vielleicht will er einfach nur die Punkte hochhalten. Au, das war ein ganz schlechter Run. Das war gar nichts. Da muss gleich noch was kommen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch hat die dicke Frau nicht gesungen. Noch wird der Laden nicht abgeschlossen. Noch ist das Land nicht verteilt. Noch ist das Bier nicht getrunken. Hier wird noch gespielt. Na. Er bleibt seinem Fallschirm treu. Das merkt man. So, mal gucken, ob er jetzt einen schnelleren und effektiveren Bosskill hinkriegt. Hat er tatsächlich auch mal gerade in der Formation getroffen. Habt ihr das gesehen. Deswegen, auch das gibt natürlich alles Punkte. Kriegt er den noch? Knapp, aber passt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich wiederhole es nochmal. Es reicht eine solide Leistung. Dann kann er eigentlich im Abschlusskampf nichts mehr vermasseln. Das geht eigentlich nicht mehr. Dann muss er sich schon blind anstellen. Und das wird, glaube ich, nicht passieren. Ach, jetzt bringt er das aber auch locker nach Hause. Ich glaube, er hat sich eingespielt. Und ich glaube, er hat diese Anfangssniversität abgelegt. Es läuft schon wesentlich besser. Und er geht von den Fallschirmen weg. Na, gut, den schnappt er sich. Aber ich hatte so das Gefühl, er konzentriert sich jetzt mehr auf den Gegner. Aha, er ignoriert aber die Lenkraketen. Was sicherlich hier überhaupt nicht gut ist. Aber der Plan scheint vollkommen aufzugehen. Und das sieht echt nach einem guten Run aus. Macht er einen Clear? Ja, super! Absolut Clear! Besser geht es gar nicht. Mal gucken, wie er sich gegen die Jets schlägt. Alles natürlich hier schneller. Auch die Lenkraketen viel, viel aggressiver. Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat es drauf. Er hat es drauf. Ah! Okay, da waren zu viele auf einem Screen. Das kann auch dem Besten passieren. Aber das sieht wieder nach der Leistung aus, die wir kennen. Und... Au! Jetzt schmeißt er es aber weg. Aber das sollte wirklich in der letzten Disziplin... Und ich weiß, er fiebert da alle mit. Er drückt alle die Daumen. schon die ganzen Partys auf den Markt festen. Ich glaube, er könnte die T-Shirts drucken. Das sollte mit dem Arcade-Teufel zugehen. So, wie viel macht er hier noch? Wie viel holt er hier noch raus? Ah, dass sich sogar noch einer kämpft. So schnell will er nicht abtreten. So, mal gucken. Ah! Ja, gut. Das war es nicht. Aber, wie schaut, alles sieht auf Meisterschaft aus. Alle Farben. Vorne Lampen auf Titel gewinnen. Zeit für Willi und den Abschluss. Und den dürft ihr nicht verpassen. So, gut.